Ich habe in Griechenland Bauingenieurwesen studiert und danach habe ich auch in Griechenland einen Master im Umweltschutz zur Nachhaltigkeit abgeschlossen. Was den Beruf betrifft, erst mal, ich habe mehrfach überlegt, wieso ich tatsächlich eine Bauingenieurin heute bin. Das war dank meinem Vater. Wir waren, als ich jung war, ab und zu auf der Baustelle. Ich hatte damals natürlich nichts verstanden, aber er war immer, immer so fasziniert, dass jemand von nichts, von Ende, was herstellen kann. Als Construction Manager für meinen Bereich, wir haben noch nicht auf die Baustelle angefangen. Weil bei uns und bei mir mein Bereich fängt, es gibt eine Schnittstelle, zwischen dem Co-Bereich mit unserem Mall und danach von dem zweiten Obergeschoss in meine Gebäude fängt die Kino-Funktion. Also der Zeit, wir sind immer noch in der Planungsphase für die Kinogebäude, aber wir sind fast zum Ende. Und parallel dazu, die letzten Monate sind wir beschäftigt mit Ausschreibungen, die Baufirmen zu beauftragen und an Bord zu bringen. Was Glastach betrifft, da haben wir, wir haben die Planungsphase abgeschlossen. Wir haben auch unseren Kontraktor gewählt, das war letzten Sommer. Und da sind wir immer noch in der Planungsphase, aber mit dem Kontraktor. Und wir sind gerade daran, eine Bemusterung vorzubereiten, wo wir das ganze Glastach und das System bemustern, wo das Glastach zur Produktion geht. Es sieht aus, im Glastach jedes Teil als individuell aussieht. Es gibt einige unterschiedliche Typen von dem Glastutzen, was Sie genau hier sehen, aber wir haben auch einen Standard-Typ. Danach natürlich, was das Glastach und die Gitterrost betrifft, das ist die Abhängigkeit von dem System. Was ist das Problem? Erstmal die Sprache. Das werde ich nie vergessen. Weil ich war etwas zu naiv, als ich in Griechenland war. Ich dachte, dass die Sprache kein Problem wäre. Das kann ich auch heute bestätigen. Aber ich hatte einige sehr, sehr schwierige Monate. Ich war gar nicht bereit auf Deutsch zu arbeiten. Ich konnte kaum sprechen. Ich wusste keine technischen Begriffe. Das war die erste und ich denke, sowohl berufliche als auch persönliche Herausforderung. Danach im Projekt bisher die größte Herausforderung wäre unsere Fassadebemusterung. Weil das erste Mal, dass ich was tatsächlich und wir was tatsächlich mit dem Team aufgebaut haben. Wir haben einen Teil von allen unserer Fassaden bemustert und durch das Design-Team und durch die Stadt freigeben lassen. Ja, das haben wir geschafft. Wir haben ja das nicht. Wir haben noch eine Person. Wir haben dich richtig und wir haben einen Ball hin. Wir haben uns in der Mitte. Wir haben noch die Zeit. Wir haben einen Double-Ton-Den, aber wir haben uns die erste Mal. Vielen Dank.